Und wünsche euch eine schöne und friedliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Merry Goldmess! Ah, schon bald ist Weihnachten. Glitzernde Lichter, der Duft von Leckereien. Merry Goldmess! Die Adventszeit wird von den Mitarbeitenden von Goldbach nicht bloss zelebriert, sondern gelebt. Glückliche und strahlende Gesichter, wo man auch hinblickt. Naja, das war wohl nicht das beste Beispiel. Aber mit Glücksgefühlen geht halt nicht jeder gleich um. Die einen tragen es gut sicht- und hörbar nach aussen, die anderen feiern leidenschaftlich ganz tief im Innern. Hier haben wir den richtigen Weihnachts-Fan-Enthusiasten, der Last Christmas schon im Oktober in Dauerschleife in voller Lautstärke hört. und damit seine Umwelt erfreut und belästigt. Jedenfalls, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das nenne ich mal weihnachtliches Engagement. Hm, noch beschäftigter als das Christkindern-Heiligabend. Findet er noch einen freien Termin? Am 20. geht's auf Schlitteltour und eventuell Geschenke kaufen. Am 21. Schlittschuh laufen und vielleicht Geschenke kaufen. Am 22. wahrscheinlich Geschenke einkaufen. Am 23. ganz sicher Geschenke einkaufen. Am 24. und 25. endgültig Geschenke einkaufen. Und dann endlich mit Familie und Freund den Streit feiern. Aber siehe da. Es gibt noch eine kleine Lücke. Und natürlich kennen wir alle die Person, die Weihnachten lieber an der Wärme unter Palmen verbringt. Wo bist du genau? Ich bin nicht einmal tief. Für diesen Weihnachtstypen freuen wir uns alle ganz fest. Mit Glückwünschen. Das ist doch überhaupt nicht weihnachtlich. Vergesst die Person an der Wärme. Auf diesen Weihnachtstypen sind wir neidisch. Und doch voller Bewunderung. Wie macht die das nur? Diese stoische Gelassenheit. Diese Präzision. Dieses Tempo. Eines steht fest. Weihnachten scheint eine ganz individuelle Angelegenheit zu sein. Dieses Jahr war geprägt von vielfältigen Möglichkeiten und grossen Herausforderungen. Und glaubt mir, nicht nur in der Weihnachtsvorbereitung von uns allen. Für unterschiedlichste Kundenprojekte durften wir passende Werbelösungen erarbeiten und uns mit Leidenschaft für unsere geschätzte Kundschaft Partnerinnen und Partner einsetzen. Dafür möchte ich mich von Herzen bei euch bedanken und wünsche euch eine schöne und friedliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mary Goldman. Ich gründe mich von Herzen in tow.